Ludwig Dill war ein deutscher Maler. Leben und künstlerisches Wirken. Wilhelm Franz Karl Ludwig war der einzige Sohn des großherzoglichen Amtsassessors, später Amtsrichter, Ludwig Dill und seiner Ehefrau Rosa Dill. Gebtiz. Ein Jahr nach seiner Geburt übersiedelte die Familie nach Gengenbach, 1856 nach Durlach und schließlich 1862 nach Stuttgart. Bis 1872 studierte Ludwig Dill Architektur am Stuttgarter Polytechnikum, wechselte später an die Münchner Akademie. Ab 1874 war er ein Schüler von Karl Theodor von Piloti, Karl Rapp und Otto Seitz. Überletzt genannten Künstler schrieb er Professor. Seitz war Naturalist. Bei seinem großen Bilde, Neptun und die Nearden, gewahrte man an den Hüften und Waden die Striemen von den Unterrücken und Strumpfbändern. Die die abgemalten Damen getragen haben, ich war mit ihm stets im Kampfe. Er verlangte, dass man die Glanzlichter auf der Nase trocken hinreiben solle, sodass man die Pores gewahre. Das widerstrebte mir vollkommen. Jedoch mehr beeinflusste ihn die außerakademische Münchner Landschaftsmalerei um Adolf Lier, dem er sich bald anschloss. Ludwig Dill war seit 1874 viel auf Reisen und entdeckte bei Venedig eines seiner bevorzugten Landschaftsmotive, namentlich in Chioggia. Der impressionistisch gefärbte Realismus der venezianischen Landschaft wich Anfang der 90er Jahre allmählich eine Art ornamentaler Naturstilisierung, die Dill in die Nähe des Jugendstils brachte. Der Künstler, der sich auch als Marinemaler einen Namen gemacht hatte, war ein Gründungsmitglied der Münchner Sezession. Ein vereinbildender Künstler Münchens, dessen Präsident der von 1894 bis 1899 war. Von Bedeutung war seine Freundschaft mit Adolf Hölzel, der in Dachau eine Malschule unterhielt und den er dort 1892 erstmals besuchte. Wie ihn sein Weg nach Dachau führte, darüber schrieb Dill, um meinen LB-Freund Hölzel in dem mir noch unbekannten Dachau zu besuchen, fuhr ich an einem schönen Herbsttage da hinaus. Zu meinem großen Erstaunen sah ich zu beiden Seiten der Bahn entzückende Wasserläufe und Tümpel mit prachtvollen Farbklängen. Hölzel zeigte mir nun eine Anzahl beliebter Motive, die mir aber nichts Besonderes bieten konnten. Dann sagte ich ihm, nun will ich aber dich mal führen. Auch er stand staunend vor meinen köstlichen Entdeckungen. Von da an drängen wir immer weiter ins Moos, wo unsere Begeisterung keine Grenzen hatte. Das Weiße Moor hat es uns ganz besonders angetan. Da war mein Entschluss gefasst. Dachau und nur Dachau. Ausrufezeichen. 1896 übersiedelte Ludwig Dill nach Dachau, wo er sich in der damaligen Holzgartenstraße ein kleines Häuschen gekauft hatte. Zusammen mit Arthur Langhammer und Adolf Hölzel gründete er die Malerschule Neu Dachau, was ihn zu einem der wichtigsten Vertreter der Künstlerkolonie Dachau machte. Seine Studien im Dachauermus brachten die atmosphärischen, weichen Stimmungen des Moores besonders fein zum Ausdruck. 1899 ging Ludwig Dill als Lehrmeister nach Karlsruhe. Dort unterrichtete er von 1899 bis 1919 an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe. Der Künstler kehrte in den Sommermonaten immer wieder nach Dachau zurück, wo er sein Häuschen besaß. Wenn er dann im Sommer in Dachau war, bildete er den verehrten Mittelpunkt jüngerer Maler und Malerinnen. Allwöchentlich traf sich dieser Kreis bei Höherhammer im Max-Josef-Zimmer, wo der Meister venezianische Gondellieder sang. Sich selber auf der Laute begleitend umschwärmt von seinen Schülern und Schülerinnen. Die nicht zu diesem Kreise gehörenden jüngeren Kollegen nannten diese stimmungsvollen Zusammenkünfte etwas Neid erfüllt die Anbetung. Auf der ersten gemeinsamen Ausstellung des Deutschen Künstlerbundes mit der Münchner Sezession 1904 im königlichen Ausstellungsgebäude am Münchner Königsplatz war Ludwig Dill mit zwei Gemälden vertreten. Er gehörte zur bevorzugten Auswahl zeitgenössischer Künstler, die das Kommite zur Beschaffung und Bewertung von Stollwerkbildern dem Kölner Schokoladeproduzent Ludwig Stollwerk zur Beauftragung für Entwürfe vorschlug. Ludwig Dill war zweimal verheiratet. 1875-jährlich der Erluise Kornbeck, mit der er 30 Jahre verheiratet war und drei Kinder hatte, zwei Töchter und einen Sohn. Vier Jahre nach dem Tod seiner ersten Ehefrau heiratete der Maler die Witwe Johanna Malburg. 1936 wurde er zum Ehrenbürger der Stadt Dachau ernannt. In Dachau, Karlsruhe, Gernsbach und Vierkirchen erinnern jeweils eine Straße an den Künstler. Porträts und Rezeption 1906 Interieur und Kommode Zwei Werke von August von Brandes gemalt im Atelier von Ludwig Dill in Dachau. 1906 Einseitige Bronzegussmedaille 81 mm Medailleur Benoelkahn Bildseite LVDWIG Dill Kopfbildnis nach links Literatur Menzel-Sebering P. 193 Nr. 162 ABB 117. 1903 bis 1905 Porträts Dillts von Hermann Binz am Stephanienbrunnen Punkt Werke Saalbeifelder in der überschwemmten Poebene Winterliche Gärten in Dachau Chioga am Abend Holländische Dünenlandschaft Pappeln im Wasser Tempera Malkarton 91 4x 71,8 Blaue Blumen Tempera Malkarton 75 x 92,5 Blaue Frühlingsblüte im Dachau Moos Tempera Malkarton 68,90 Frühling im Moos mit Silberpappeln LWD 53,65 Die alte Dachauer Holzgartenstraße Tempera Malkarton 15,5 x 23 Abenddämmerung über der Amper Tempera Malkarton 72,90 Dachau an der Amper Öl LWD 50,70 Ein Herbstmorgen Tempera Malkarton 49,42 Der Morgen Öl LWD 104 5x 59,5 Birken im Dach Ormus Öl Malkarton 54,37 Letzte Schneewehen im Moose Tempera Papier Pappe 66,50 Schneeschmelze an der Amper Tempera Papier Pappe 51,65 Schmerzen Schmerzen 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50